Ein Exorzist! Sind Sie okay? Äh, wir haben auch einen Kopflosen! Who the fuck are you? Kurogane, Dial! Sie schützen Kamuana und den Prinz! Entstanden! Ja, der ist jetzt wieder nicht so krass, tatsächlich. Sie sind nicht so krass! Sie sind nicht so krass! Was ist denn das? Wie ist das? Ich bin es ruhig! Sie sind nicht so krass! mit Exorcisten. Was ever happened doesn't matter to us now. We need to focus on how to take this place for ourselves. That exorcist from before said something about a headless knight, right? That one's probably the leader. Then we hunt it down and destroy it. Until we capture the island, let's use this room for our staging ground. I'll leave the prince and Kamoana to you two. Eliminate any enemies who come in. Understood. Don't expect much from me, but alright. Kamoana, if anything happens, call for me and I'll come running to protect you, okay? Okay, you stay safe too, Eleanor. Let's go. Are we ready for this? Tiger-Kopf. Holy shit. Oh, what did I do? Go get him, you three! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Jörg-Kopf. No, it's not something. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Don't go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Ein Vorwärtskiller. Ein bisschen Level mit den Charaktern hier. Alter, aua! Geht's hier weiter oder nicht? Jetzt wird's wieder schnell verwirrend hier. Ne, hier geht's nicht weiter. Oder? Hier geht's zumindest hoch. Okay, ne. Okay, immerhin ganz angenehm, dass man hier einfach runterspringen kann, statt die Leiter wieder runterzuklettern. Ja, wir können jetzt mal so ein bisschen... Oh Gott, oh Gott. So ein bisschen kämpfen hier. Wollte ich sagen. Ja, der Spellabsorber von Magilu ist insane. Holy fucking Fett. Ja, jetzt sind fast alle noch ein Level ab. Also, den einen oder anderen Kampf mach ich jetzt einfach mal. Hey, es ist du wieder. Ah, ich bin so beschäftigt. Ich bin so beschäftigt, dass ich gar nicht merken kann, was vor mir passiert ist. Du bist nicht foolst. Du bist auf jemanden. Warum verbruchst? Ich war, dass ich nicht mit dem Team verhätern. Und wenn ich mit dem Team verhätern, ich immer so ganz viel Geld verschwinden. Weil Velvet immer verhätern auf dich ungehebbar von dir verhätern? Oh, Frau Exorcist! your concern warms my little turtle's heart i'm not forcing anything i just think he's trying to take advantage of us by fixing his prices well above market rate price fixing as in deliberately marking up items so as to take advantage of the less fortunate i was under the impression that the abbey strictly forbade such unscrupulous business tactics perish the thought miz our accounting is always above board 25 hours a day eight days a week no matter when's and no matter where's you can get whatever you need for the same fair price that's good to hear eleanor give the nice turtles that smile he so desires i'm sure running a business is hard work hang in there we have that money why should i not buy a few more things kaufen ich kann noch was aufwerten das ist ganz cool dann geht's auch schon weiter hä hä hier war ich doch noch gar nicht drin oder jetzt bin ich gerade ein ganz kleines bisschen verloren hier ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Du wirst es anders von mir erwarten? Wie hat es geschlossen? Wir haben nicht geblieben, aber die Prisoner verloren haben. Zumindest, das war es so. Aber wenn das so ist, dann wo alle Exorcisten gehen? Ich weiß, dass Oskar ist, um den Fall zu informieren. Aber die anderen Guarden sollten sie auf ihren Posten bleiben. Na gut, wenn sie nicht fliehen... Wir müssen uns sagen, dass sie alle getötet wurden. Bei dieser Headless Night, vielleicht? Na, da freu ich mich ja schon drauf. Da freu ich mich ja schon aber so ganz richtig drauf. Oh, das ist ja ja. Da freu ich mich ja schon drauf. Kannst du mich kommen? Ich bin hier. Oh! Das ist ein Kalopfer! Lass das mal! Ich hab's vorgelegt! Das ist ein Kalopfer! Ich hab's vorgelegt! Oh! 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 Ich hab's vorgelegt! Sieht das? Scheiße! Ich hab's vorgelegt! Die Schlürte! Hör's! Nein! Sie waren nichts. Wenn ich hier jemals den richtigen Weg finde. Aber ich könnte... Ja, doch, 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 doch. Das ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, wir sind richtig hier. Zumindest müssen wir nach unten in U3. Und das sieht nicht schlecht aus. Oh, shit. Okay. Hier sollten wir schnell speichern. Und ich sollte definitiv Velvet dealen. WTF. Der headless knight. Er muss das Produkt der Venomation sein. Well, he definitely looks vicious enough. Hm. Not as vicious as our Velvet, though. Where is his voice even coming from? I don't know. Look inside. Jesus Christ. Was ist schon wieder mit Velvet los? Ach du Scheiße. Der ist schon wieder OP. Aber er kriegt ordentlich Damage. Immerhin. Gleich am besten noch ein Apfigi hinterher. Oh, das sieht so ganz gut aus. Oh, das sieht so ganz gut aus. See this? No, okay. I will split you. Game way. Better play your step. Boy, fireball. See this? Armourcruncher. He's gonna get you. Fireball. Ready to feel a very wrong. Fireball. See this? Armourcruncher. Armourcruncher. Let's go to. See this? Armourcruncher. 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 Jawohl, ist doch down jetzt, oder nicht? Das lief ganz gut. Das ist denn da unten. Ich fühle wieder etwas. mehr Malevolenz? Nein, ein weiterer Punkt der Erde. Es muss auf dieser Island sein. Ich fühle mich auch. Es ist sehr nahe. Direkt neben uns, würde ich sagen. Und das meine ich halt. Manche Bosse sind einfacher als andere. Die dunkle Bosse in Titania. Gefühlst du was, Lafayette? Ja, ich denke, das ist der Erdpulspunkt. Wenn diese Celle ist, wo der Erdpulspunkt ist, dann bedeutet das, dass es auf der Therian haust? Ja. Und ein wirklich fachlos. Every day, sie zerfangen die Dämen in ihre Celle. Sie zerfangen ihre Fülle. Dann zerfangen die Blut aus ihren Lippen. Never einmal herauszufinden, sie verfolgt an Inominat die Malevolenz der hunderte von Dämen und Präzis. Und dann, ein Tag, es gab vor dem, eine Moloch, von Dämen. Sorry. Aber der Therian wusste nicht mehr, und sie zerfangen ihre Liberatorin. Und es war dann... Es war dann... Es war dann, diese Präzis-Eisland für die Therian. Die Malevolenz von Dämen. Aber weil Velvet erfuhr, die Malevolenz aus der Kontrolle. Wauw, das gleiche Sache von Kamoana. Der Herr Artorias hätte nievt. Nein? Was ist so unglaublich? Dass er seine Frau verwendet, als ein menschliches Geist, dass er seine Frau verabschiedet, seine Frau verabschiedet, denn das ist das, was Ihr verdammt Heilig Shepard getan hat, alles um seine Hand auf Enominat's Macht zu haben. Ich bin sicher, dass er eine Grund für... Eine Grund? Für die Welt der Schmerzen? Nicht das! Wer wird meine Schmerzen? Wer wird meine Schmerzen? Wer wird meine Schmerzen? Wer wird meine Schmerzen? Wer hat meine Schmerzen? Wer hat meine Schmerzen? Wer wird meine Schmerzen? Und du bist da da und sagen, dass es für die größere Schmerzen ist? Auf jeden Fall... Das ist nur noch Therian für uns, um zu verabschieden. Velvet... Yap! Elinor! Alinormus! Kamoana! Hm? Was? Hat Velvet so hart auf dich zu schreien, dass du jetzt die Vorschriften hörst? Ich habe das Gefühl, dass etwas falsch ist. Kamuana könnte in Gefahr sein. Aber wir haben bereits den Headless Knight gewonnen. Ich kann das Gefühl noch nicht. Bitte, gehen wir zurück und schauen auf sie. Siege und noch mehr Siege. Ähm, kann ich das mit einer Flasche machen? Ne, ne? Wahrscheinlich nicht. Aber wir müssen sowieso diesen Weg hier gehen. Achso, das ist der Weg, von dem wir gekommen sind, ja klar. Beeil dich mal ein bisschen, Magilou. Wenn die jetzt noch stirbt, wäre das fucking sad. Außerdem müssen sie an Therion, die nicht sterben dürfen. So, Velvet ist ein Therian, oder? Ich wusste, dass es etwas über sie gab. Aber es ist, was sie ausgerichtet hat, das wirklich auf meinem Geist. Lafay hat gesagt, ist Velvet wirklich Lord Artorias' jüngere Freundin? Sie hat mir nie gesagt. Sie hat mir gesagt. Wenn es wahr ist... Ich glaube, ich würde sie erklären, die Erfahrung von Herrn Artorias' jüngeren. Wenn du so interessiert bist, warum nicht sie selbst fragen? Hey, Velvet! Was ist deine Verbindung mit Artorias? Rokuro! Ich habe ein paar Takt! Ich habe gehört, dass du zuhörst. Das macht mich nicht. Artorias war mit meiner fröhlichen Freundin, Selika. Er war unser Bruder-in-Law. Wir leben zusammen für mehr als zehn Jahre. Das erklärt sich ein paar Dinge. Also hat er seinen kleinen Bruder gegründet, und hat seine Freundin in Aetherian gegründet. Aber... Sie waren seine Familie! Zu seiner Sicht der Großartigkeit. Die Familie ist unkonsequential. Die Nehmen der vielen ausüben die Nehmen der wenigen. Alles, was er getan hat, war zu sein, zu seiner ideologischen Logik. Well, genug Chit-Chat. Sie haben sie wirklich mögen, aber sie muss jetzt mal langsam... ... ihre Sinne beisammenhalten. So, da hinten ging es nicht weiter, ne? Sondern wir gekommen sind theoretisch von hier. Äh... E... Achso, okay, E1. Ja, 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 okay. Jetzt weiß ich, wo wir langen müssen. So... 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 She saved them. Well, I mean, a corpse is a corpse, of course, of course. Do you think she could devour only the Malevolence? And turn a living demon human again? Unfortunately, that's impossible due to Malevolence's self-reinforcing nature. When Therians are connected to Enominot through an Earth-pulse point, they seem to be able to absorb small concentrations of Malevolence from the surrounding area, and inhibit the creation of new demons. But any human who builds up enough Malevolence to turn into a demon, will keep producing Malevolence as long as they live. That's right. To devour any Malevolence, I need to cut it off at the source. That's how my powers work. Velvet, I'm sorry. I don't mind it. Actually, I find it convenient. This way, I'll never forget my hatred for Artorias. Plus, as long as you stay away from an Earth-pulse point, you get the power of any Malevolence you consume. Fuel for my hatred. Yes. What the...? Hu... Ha-ha! Ha-ha! It was she was! The mateixos-rein-waters... Oder Velvet, besser gesagt. So, ich müsste noch mal auf die Karte gucken. Südlicher Wachtturm. Ah ja, genau, okay. Ja, hier hinten müssen wir weiter. Und jetzt hier nach links. Hilf mir, Kamoana! Das ist der kopflose Ritter, oder nicht? Eleanor! Du hast wirklich zurückgekommen. Eine Erwanderung ist eine Erwanderung, lieblich. Oh Gott, gegen den Feiten. Ein headlösser Ritter und ein Hörsdämon. Das hat einen Tonnen von Malevolenz. Das muss der richtige Überlebender des Venomization-Prozess sein. Oh, ich verstehe. Die sterbende Exorcist-Lady sagte nicht, Headless Knight ist zurück. Sie ging für Headless Knight auf Hörsdämon. Alles klar, wir kämpfen, wer wir brauchen. Ah, super. Dann ist das der richtige Boss. Oh, ich hab schon gedacht, ich hab's geschafft, Mann. Du kannst direkt, dass man Therionisiert. Ach so. Jetzt verstehe ich das mit dem Therionisiert auch. Aber das bedeutet halt, ich kann sie leider nicht healen. Jetzt vielleicht? Scheiße, Mann, sie braucht doch Heal. Was soll denn das? Während sie in dieser Form ist, geht das nicht. Jetzt vielleicht? Jetzt, komm, wenn es jetzt nicht geht, dann wird sie auch einfach sterben. Jetzt geht's. Oh Gott, nein, ich will nicht da hin. Ich will nicht in Nahkampf gehen. Bruder, warum geht der, warum geht der auf mich? Hallo, bewegt dich, bewegt dich, bewegt dich. Bitte, bitte, bitte. Und weg, 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 weg. Alter. Ja, macht alle eure Special Attacks, bitte. Ja, ich will nicht. Sie ist ja Therionisiert. Oh Gott, ich kann sie wieder nicht mehr hier hin, ne? Mann, das ist halt so scheiße. Ich hab dann halt einen HP, ne? Das ist... Puh. Hä, warum verliert Werrit eigentlich dauerhaft so viele Leben? Obwohl sie gar nicht im Kampf ist. Nur wegen diesen Therionisiert, oder was? Das soll nicht passieren, als ich sie noch gespielt hab. Mann, nicht auf mich. Geh auf die Frontline. Hör, was ist denn jetzt? Wer ist denn der Kollege hier jetzt? Okay, das ist jetzt ein bisschen scheiße. Jetzt sind hier noch andere Gegner. Okay, okay, Roku hat sie besiegt, Gott sei Dank. Ui, ui, ui. Der ist schon wesentlich stärker. Aber ich bekrieg ihn, glaub ich, trotzdem. Ruf nach Verstärkung. Macht er wieder? Er macht's drei Sekunden später schon wieder. Wieso kann ich denn nicht mal zehn Sekunden ohne Verstärkung fighten gegen ihn? Ja, Roku ist down. Perfekt, Digga. Warum wird er nicht eingetauscht übrigens gegen den anderen? Man kann auch keine wiederbeleben, ne? Das ist auch so kacke. Was war denn das jetzt? Hä? Warum hab ich jetzt geswitcht? Ich wollt nicht switchen. Ich wollte jetzt auch nicht auf Velvet gehen, eigentlich. Okay, der ist schon down. Der große ist schon down. Jetzt nur noch der kleine. Okay, wir haben es geschafft. Alter. Okay, jetzt ist Roku auf einmal wieder am Leben. Oh, nicht schlecht. Okay, der Fight war schon wieder härter. Aber wir haben ihn geschafft auf nochmal. Das ist eine Verstärkung, okay. Definitiv stärker als dieser headless Lumpf von Armour. Ich begle mich dir, Entschuldigung. Nicht du. Das ist eine Verstärkung. Das ist krass. 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 Offers unequivocal support to Shepard Artorias' vision of reason and will. Even so, if there was one thing I could never permit, it was seeing Griffin locked up and unable to fly. Never. I tricked the Exorcist on guard and disabled the barrier. But then Griffin attacked the Exorcist and killed him. That's why you said you could never go back. Eh, sie können einen einzigen Exorcist übersehen, aber mit Ätherien entfernt, Malevolenz wird das Kapital entdeckt. Ich wusste voll gut, was ich zu tun. Und trotzdem... Ich konnte nicht sehen, dass mein Leben von meinem Freund sein wird. Sein Herr... Er hat einen einzigen Böden über die Welt gewählt. Warum glaubst du die Böden fliehen? Das ist was Lord Artorius fragt mich. Mein Anatomy-Buch sagt, dass Böden fliehen, weil ihre Böden leicht sind und ihre Wingsmuskeln enorm stark sind. Böden fliehen, weil ein Böden, der nicht fliehen kann, kein Böden überhaupt. Das ist was ich denke. Ich verstehe jetzt. Oder Streuße. Das sollte funktionieren. In diesem Fall haben wir ihn auf der Hand, wenn wir einen Hustage brauchen. Entstanden. Ich empfehle mich, dass Griffin und ich hier hier bleiben lassen. Na, jetzt, dass das geholfen ist, lassen wir uns einen Husten bauen. Oh Gott. Haben wir damit nicht sogar schon mindestens drei Therions? Alter, das hat zwei Level-Ups gegeben. Sehr nice. Wichtig und richtig. Wichtig. Hey, Velvet. Do you know where Eleanor is? Wasn't she just playing with you? Yeah. But then she left. I'm worried because she looked pretty sad. Can you go find her? Why me? Alright, alright, fine. Just don't cry on me, okay? Oh man. Ja, wir werden sie suchen. Boah, unser Unterschlupf. Das ist jetzt wirklich unser Unterschlupf geworden. Auf einmal machen hier alle Party ein Chill. Okay, Leute. Schnell speichern funktioniert ja. Gott sei Dank, dass ich wirklich überall schnell speichern kann. Und dementsprechend vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao. though. Sie sehen uns in dem Behinderten тер Monterein, die wäre sehr okay. Lassen wiratt. 见, ihr denkt euch das! Untertitelung des ZDF, 2020